Hallo! Habt ihr jemals gedacht, einen Tankkurs zu machen? Und wann? Warum nicht mit uns? Weil bei uns, wir lernen sehr unkompliziert, sehr leicht und mit viel Spaß dabei. Sehr schön gesagt. Ja, auf alle Fälle. Bei uns ist es wichtig, dass jeder seine Hemmschwelle hat. Die Burschen vielleicht wollen nicht so sehr, die Damen hätten oder würden gern mehr und so weiter. Was bei uns wichtig ist, ist der Unterhaltungsfaktor natürlich. Der Spaßfaktor, damit wir gerade haben. Wir wollen eigentlich die Hemmschwelle nehmen. Aber der Lernfortschritt ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir wollen, dass in der ganzen Geschichte natürlich im Spaßfaktor auch weitergeht. Das war die Übersetzung von Basik, habe ich gesagt. Mehr oder weniger. Was machen wir so anders? Naja, wir haben kürzere Kursstaffeln. Das heißt, unsere Staffeln laufen sechs Wochen. Wir haben weniger Tänze, damit man sich das ein bisschen leichter merkt. Und in den weniger Tänzen machen wir eine gescheite Chorographie. Wir haben Übungsvideos für zu Hause. Ganz, ganz wichtig. Und die Staffel ist aufgenommen von Andy und ich. Einmal ohne Musik, einmal mit Musik. Dass er sieht, wie das sollte getanzt. Wir bemühen uns natürlich. Es geht auch darum, dass ihr daheim... Und dass ihr habt etwas zu Hause, dass ihr wirklich noch die Staffel anschauen und weiterüben könnt. Genau so ist es. Es geht bei uns einfach alles ein bisschen besser, den Lernerfolg. Ohne, dass eben der Spaßfaktor auf der Strecke bleibt, kann man sagen. Es gibt am Ende ja Urkunden. Und ich sage jetzt einmal, wenn ihr euch nicht sicher seid, was für ein Kurs der richtige ist. Wir haben ja ein bisschen ein anderes System. Wir haben Anfänger, Fortgeschrittenen 2, Fortgeschrittenen 1, Masterclass. Wo soll ich einsteigen? Vielleicht kennt ihr schon was. Ihr wollt etwas auffrischen oder vielleicht totale Anfänger. Ruft uns an. Schickt uns ein kurzes Mail. Wir beraten euch gerne. Das klingt so geschwoll. Warte ein bisschen. So. Es ist ein bisschen through. Aber so startet jede Staffel bei uns. Also jeder Kursabend startet mit einem kostenlosen Begrüßungskocktail, kann man sagen. Damit wir ein bisschen lockerer werden. Und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Also ich sage jetzt einmal ganz salopp, wenn es euch nicht egal ist, was ihr lernt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Prost! Cheers!